... ... ... ... ... ... Kurz vor 7 Uhr, dass eine 17 Kapitel-Kilger-Gruppe unterwegs war aus dem Eidenbach Richtung Samerei und ein Kraftfahrer in Folge mutmaßlich in diese Gruppe gebahren ist. Dabei sind sieben Personen verletzt worden, drei leicht, vier schwer. Eine Dame musste mit dem Notarzt und dem Helikopter in das Klinikum außerverbracht werden.